Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Sonntag, der 19. Mai 2019. Und ihr fragt euch zurecht, warum ich heute so angezogen bin. Heute drehen wir mal ein kleines Video wie damals, ein Tag in meinem Leben. Und mein Tag startet heute im ehemaligen Grammophon. Das ist das Räumisch-Tübchen in Hagel in Alpe. So, begrüßen wir mal unsere Kollegin. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Hallöchen. Hallöchen. Dankeschön. Grüeziere. Guten Morgen. Bitteschön. Danke. Ja, dann Prost. Prost. Auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Auf die Zwei. Reist. Und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich in so einer Kluft bin. Wir fahren gleich nach Bochum zum letzten Heimspiel in dieser Saison vom VfL. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Fußballfan, aber er schon. Er ist Vereinsmitglied. Ich bin schon mal hin und wieder dabei. Heute möchte ich euch einmal auf diesen Tag mitnehmen. Also ist es so, wir haben jetzt 10 Uhr 30, das heißt in 5 Stunden ist Angriff und gegen 12 Uhr wird uns eine Stretchlimousine abholen, die uns zwei Stunden durchs Ruhrgebiet fährt, egal wo wir hinwollen. Und wird uns dann bei unserem Lieblingsimbiss in Bochum, Feinkost Krüger, wird uns da rauslassen und deswegen wird das eine Runde von Schiaudi. Diese zwei Euro werde ich nie wiedersehen. Drei. Das ist meine Strategie. 33. Ach, daneben. Jetzt kommt die 30. Komm mal, komm mal, komm mal. 30. Was? Ich habe es doch gesagt. Alina, ich habe dein Geld verspielt. In Vegas gibt es einen 1-Cent-Automaten. Wisst ihr warum? Weil sie euch alles nehmen wollen. Das ist wirklich so. Das ist kein Witz. Ich würde sagen, unser Taxi ist angekommen. Das Spaßmobil. Das Spaßmobil. Das Spaßmobil. What the fuck? Hallo. Freut mich. Viel Spaß. Dankeschön. Warum hat der Herr im Lausikon? Der ist ja eine Cola, ist ja geil. Nein, ey. Also, ich finde, Was ich dramatisch finde, ist, dass das vor dem Hauptbahnhof passiert ist. Aber es klang gar nicht gut. Ich glaube, der ist kaputt. Ja! Team, oder was meinst du? Ich dachte vorhin noch, was ein geiler Sound. Der war gerade richtig so... Also, Lage ist, wir haben jetzt gerade fünf, sechs Minuten Part hinter uns. Und da ist der Wagen durchgebrannt. Und jetzt stehen wir hier. Oh, ich habe das Fläschchen noch. So, Martin, man sieht es noch im Hintergrund. Die Limo ist kaputt. Wir können jetzt behaupten, wir sind in unserem Leben zwei Kilometer Limo sicher gefahren. Ich glaube, es waren nicht mal zwei. Von Alpe noch bis hier. Wir sind jetzt gerade in den Hagener Ringen. Und müssen jetzt zu Fuß zum Hauptbahnhof gehen. Um... Um mit dem Zug zum Spiel zu fahren. Wie die Bauern. Genau. Welcher Idiot hat diese beschissene Idee gehabt? Ich möchte mal ganz kurz auch um eine Schweigeminute bitten. Denn wir gehen gerade am Weltkulturerbe von Hagen vorbei. Das ist ein Arbeitsamt. Ich weiß nicht, ob Hagen da stolz drauf sein kann, aber es ist wirklich das größte Arbeitsamt des Landes. Immer wenn ich jemand frage, kennst du Hagen? Ja, ja, das große Arbeitsamt. Wir sind mit drei Wort gefahren. Auf den Moderschaden. Moderschaden, Moderschaden. Wir haben den Moderschaden, Moderschaden, Moderschaden. Du hast den Moderschaden. So, und da sind wir. Hagen Hauptbahnhof. Geht los. Unsere Limo. Unsere Limo. Die ist auch viel teurer als die andere Limo, die wir hatten. Jetzt ist der auch stehen geblieben. Das kann doch nicht wahr sein. Wir werden ihn vielleicht von hinten anschieben. Auf den Schienen. Das sind die schönsten zwei Minuten meines Lebens. Toto ist so glücklich. Wir stehen hier schon seit 20 Minuten auf einer Stelle. Die haben gesagt, sie konnten keine Durchsage machen, weil der Strom alle war. Und kein Strom für die Durchsage da war. Und jetzt stehen wir hier mitten im Nirgendwo. Wasserschäde, Wasserschäde. Du hast den Wasserschäde. Wir haben hier auch Fans, die sind schon seit sehr lange dabei. Die Alina immer. Der Markus, der hat ein Tattoo. 1848. Seit 25, nee. Du bist gerade 25. Warte mal, nee. Warte ich gerade. Wie lange bin ich dabei jetzt? 18. Da war ich 10. Es gibt Fans, die sind nicht treu. Sie ist treu. Sie steht zu ihrem Verein. Sie liebt den Verein. Weißt du, was sie macht? Sie verkauft ihren Playstation. Um den Ticket zu holen. Für den Verein. Schick zu. Wir sind häufiger hier. Und mit häufiger meine ich, wir können uns hier so von der Bar bedienen. Einfach so. Hier ist unser Werk für dich. Vielen Dank. Ich habe gerade ein deutscher Trikot geschenkt bekommen. Da war ein Asiate in der Bahn, der hieß Sung & Kim. Ich habe dieses Trikot hier geschenkt. Mit den Originalunterschriften vom DFB, wie du siehst. Kann ich dir das hier für dein Gästchen? Ja. Toll. Das ist hier bei Falkos Krüger. Schön unsere Fritten, die wir immer bekommen. Schön, schön. Wie würdest du diesen Zwischenshop in drei Worten beschreiben? Notwendig. Überlebenswichtig. Und Geschmacksexplosion. Dem kann ich nichts hinzufügen und sage einfach nur, äh, Latt schwecken. Wir schalten jetzt weiter ins Stadion. Das 1 zu 9 ist gefallen. Das 1 zu 9 ist gefallen. Das 1 zu 9 ist gefallen. Das Stadion brennt. Wir stehen in Flamme. Wir stehen in Flamme. Wir stehen hier auf den Regalischen Feuer. Liga. 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 Ich habe gerade das Stadion verlassen, als es 2 zu 0 für Bochum stand. Jetzt steht es irgendwie 2 zu 2. Heute bin ich stolz, dass der VfL ein grandioses 2 zu 2 hingelegt hat. Wir hoffen, unser Vlog hat euch gefallen. Wenn ihr die Rückrunde sehen wollt, wenn wir die Livosine komplett benutzen, dann gebt uns einen Daumen rauf und schreibt uns einen Kommentar mit Hey, wir wollen doch mal die komplette Reise der Limousine sehen und nicht nur 6 Minuten. Ansonsten... Sehen wir uns nächstes Jahr auf dem Joxine Xtreme Festival. Und wir sehen uns auf der Gond. Verdammt nochmal, ich liebe die Gond. Daumen hoch, bis zum nächsten Mal, haut raus. Haut raus, jaaaa!